Ich bin Nummer 38 von Norway, Anna Odine Strömer. Jetzt geht es uns Ebermetall. Anna Odine Strömer, Stand Nummer 38. 97 Meter, dritter Name, Anna Odine Strömer. Hey, good job from Anna Odine Strömer. We will see how far it was. It was 93 meters to get a job from battle for sure. Und jetzt das trowenische Fest. Meistertitel bei den Damen, Emma Klinetsch, zweite Nationale zum Durchgang. Nika Kriesnar, erste, mit zweites, geniessen. Very close. All in all, a nice job from 94 meters. Und jetzt, wer wird Weltmeisterin? Nika Kriesnar, Emma Klinetsch. Nika Kriesnar hat einen Vorsprung nach dem ersten Durchgang, aber Emma Klinetsch hat jetzt eine dünstige Antwort hingelegt. Nika Kriesnar! 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 Ja, 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 ich bin wirklich glücklich, dass ich so gute Jumps in der Konkurrenz gemacht habe. Ich bin sehr froh, dass ich so gut habe in der Konkurrenz gemacht habe. Es war sehr schön mit der 3. Platz. Danke. Danke. Ich habe die beste Jumps in der Training gemacht, also war es eine große Gefahr über den Medaillen. Ich bin sehr, sehr froh mit meinem zweiten Jumps in der letzten Jahr. Ich bin sehr froh mit dem zweiten Jumps. Heute ist das, dass mein erstes Jumps in dieser Saison war. Das ist das, was ich hier. Deshalb komme ich nicht nur für Zult, sondern für gute Jumps. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh nach dem Lani aus dem zweiten Jumps. Ich bin sehr froh. Ich bin ganz froh. Ich bin viel froh. Ich habe diese ersten Jumps in der ersten Jumps in der ersten Jumps. Ich habe das, was es früher gewertet ist und das ist der Jumps. Ich bin wirklich froh, der ich mein Herz sch verdi. Ja, ich bin sehr glücklich und glücklich, weil es sehr gut ist und ich bin sehr glücklich, wenn ich gehe. Dieser glücklich ist sehr gut, ich gehe in den Olympischen Games. Ich bin sehr glücklich, ich bin sehr glücklich und ich bin sehr glücklich und ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier alles gut zeigen. Ich bin sehr glücklich, ich bin sehr glücklich, aber ich bin sehr glücklich und ich bin sehr glücklich. denn es ist eine große Herausforderung, und das ist eine große Herausforderung.